Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Vortrag Archäologie und Klima, das Ground-Check-Programm des DAI im Jahr 2020. Warum reden wir heute über Klima? Gibt es vielleicht im Angesicht einer Pandemie nichts Wichtigeres zu diskutieren, zumal Archäologinnen und Archäologen zu diesem Thema bereits spannende Beiträge geliefert haben, wie beispielsweise zur Ausbreitung der Pest in Europa oder wie afrikanische Gesellschaften in der Vergangenheit mit Pandemien umgegangen sind, nämlich durch Physical Distancing, die Verlagerung oder Umstrukturierung von Siedlungen oder die Unterlassung traditioneller Bestattungs- und Trauerrieten. Dennoch reden wir heute über Archäologie und Klima, denn ganz nebenbei sind Klimaveränderungen und Pandemien nicht selten miteinander verknüpft. Dies zeigt beispielsweise Kyle Harper in seinem Buch Fatum für das Römische Reich aus wissenschaftlicher Perspektive. Aber auch auf der Ebene der persönlichen Wahrnehmung sind beide Themen miteinander verkoppelt. Der Tweet, ich bin jung, deshalb juckt mich das Coronavirus nicht, ist der Zwillingsbruder von ich bin alt, deswegen juckt mich der Klimahandel nicht, zeigt die emotionale Verbindung beider Themen. Wir sehen also einerseits die wissenschaftliche oder Langzeitperspektive, aus der sich extrem spannende Forschungsfragen ergeben. Darunter zählt zum Beispiel die Frage, ob wir den Schwankungen des Klimas immer nur schrittslos ausgeliefert waren, Stichwort Klimadeterminismus, oder ob wir es geschafft haben und wie, uns Klima- und Umweltveränderungen anzupassen. Andererseits ist das Thema aber auch von besonderer Aktualität, dass es so aussieht, als wäre der Klimawandel möglicherweise die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Dieser aktuelle Bezug hat sehr viel mit unserer persönlichen Wahrnehmung des aktuellen Weltgeschehens zu tun, wie beispielsweise den zerstörerischen Überschwemmungen in Ostafrika. Oder, gar nicht so lange her, aber aufgrund der Pandemie schon fast wieder in Vergessenheit geraten, die dramatischen Wetterereignisse inklusive verheerender Brände Anfang des Jahres in Australien. Noch ernsthafter wird es, wenn sogar das Weltwirtschaftsforum Klima- und Umweltveränderungen als globales Hauptrisiko benennt und auf fünf Themen explizit hervorhebt, wie externe Wetterereignisse, das Scheitern des Klimaschutzes, Naturkatastrophen größeren Ausmaßen, den schweren Verlust von Biodiversität sowie von Menschen verursachte Umweltschäden. Dass es fünf vor zwölf ist, wird den meisten allerdings erst dann klar, wenn die vermeintlich unpolitischste Generation seit langem auf die Straße geht und radikale Korrekturen im Umgang der Gesellschaft mit ihrer Umwelt fordert. Die Verbindung von Archäologie und Klima- und Umweltforschung ist selbstverständlich nichts Neues, aber wurde vielleicht von außen nicht so intensiv wahrgenommen. Das DAI selbst verfügt über ein eigenes Referat für Naturwissenschaften mit Schwerpunkten im Bereich Archäobotanik, Archäozoologie, Dendrokologie und prähistorische Anthropologie. Um die Forschung des DAI zum Klimawandel einer breiteren Öffentlichkeit näher zu bringen, haben wir im letzten Jahr ein komplettes Heft der Zeitschaft Archäologie weltweit diesem Thema gewidmet. In vielen Beispielen ging es darum, die klimaarchäologischen Kernfragen, wie bringt man archäologische Forschung mit Klimadaten in Verbindung, wie sind Menschen in der Vergangenheit damit umgegangen und kann man eventuell Parallelen mit der Gegenwart aufzeigen und vielleicht Handlungsanweisungen für die Zukunft ableiten. Um über Klima- und Umweltwandel zu reden, müssen wir doch erst ein paar Begriffe klären. Was ist eigentlich Klima? Unter Klima verstehen wir über 20 bis 30 Jahre gemitteltes Wetter, also über einen Zeitraum von circa einer Generation. Da stellt sich für uns die Frage, können wir eigentlich Klima- und Umweltveränderung wahrnehmen oder ist die persönliche Wahrnehmung immer trügerisch? Sie trügt uns wohl nicht. 2007 ging der Friedensnobelpreis an den damaligen US-Vizepräsidenten Al Gore und 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC. Sie konnten zweifelsfrei belegen, dass unser Eindruck der Realität entspricht. Hinsichtlich der Treibhausgase, CO2, Methan und Stickstoffdioxid steht fest, dass es einen Anstieg wie den im 19. Jahrhundert in den letzten 16.000 Jahren nie gegeben hat. Dass er im 20. Jahrhundert fünfmal schneller war als in den letzten 2.000 Jahren und dass die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid und Methan in den letzten 650.000 Jahren nie erreicht wurde. Die Erwärmung im 20. Jahrhundert dagegen verlief zehnmal schneller als seit dem Late Glacial Maximum. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war wärmer als alle 50 Jahresperioden der letzten 1.300 Jahre und der Gletscherrückzug ist mit natürlichen Faktoren nicht erklärbar, da die Sommerinsulation seit einigen Jahrtausenden rückläufig ist. Um als Archäologe Paläoklimaforschung zu verstehen oder gar zu betreiben, sollte man wissen, welche Dynamiken hinter Klima- und Umweltveränderungen stecken. Klima war nie statisch. Energie erreicht die Erde durch Sonneneinstrahlung, die sogenannte Insolation. Diese ist ständigen Schwankungen unterworfen, den sogenannten Milankovic-Zyklen. Die auf die Erde einströmende Energie, von der in weiteren Temperaturen Niederschläge und so weiter abhängen, kommt bereits an unterschiedlichen Stellen der Erde verschiedenintensiv an und wird dann noch weiter durch atmosphärische und ozeanische Zirkulationen zerstreut. Regionale und lokale Faktoren wie das Relief beeinflussen die weitere Verteilung noch zusätzlich, wodurch ankommende Energiemengen dann in Raum und Zeit extrem variabel sind. Aus globalen Archiven wie Tiefsee-Bohrkernen, Eisschilden und Seen wissen wir um globale Klimaschwankungen mit großer Zeittiefe. Paläoklimaforscher bergen geschichtete Bohrkerne, die kontinuierliche Datensätze liefern können. Es werden verschiedene geochemische oder biologische Proxys analysiert und Altersmodelle erstellt. Auf der Basis können dann Proxys verschiedener Archive miteinander korreliert werden. Korrelationen sagen jedoch per se erstmal nichts über Ursache-Wirkungsketten aus, also Kausalzusammenhänge, wodurch viel Spielraum für Interpretationen bleibt. Modelle können heute bereits mit extrem hoher Auflösung den Verlauf von Klima- und Umweltveränderung errechnen. Doch haben auch sie ihre Grenzen. Für uns Archäologen steht vor allem der Mensch im Vordergrund. In Abhängigkeit von den bereits genannten Standortbedingungen wie geografischer Breite, Relief und Meeresnähe wirken sich Klimaveränderungen vor Ort extrem unterschiedlich aus. Um den tatsächlichen Impact von Klimaveränderung für den Menschen abschätzen zu können, braucht es also lokale terrestrische Umweltdaten, sozusagen einen Groundcheck, also eine Überprüfung paleoklimatischer Forschung am Boden, an oder in den archäologischen Fundstellen. Wir machen diesen Groundcheck. Archäologische Ausgrabungen können genau diese Daten in Form von Artefakten, Molusken, botanischen Makroresten, Pollen und vielen anderen Proxys liefern und das in stratigraphischen Kontexten und absolut datiert. In Zusammenarbeit mit Spezialisten kann damit die konkrete Auswirkung auf die Lebensrealität vergangener Gesellschaften ermittelt und ihre Reaktionen erforscht werden. Wie sieht das in der Praxis aus? Im Gegensatz zur Paleoklimaforschung verfügt die Archäologie kaum über kontinuierliche Proxys. Demokratische Faktoren wie Bevölkerungsdichte könnten solch ein Proxy sein. Allerdings sind die Daten in der Regel lückenhaft. Häufig verwendet werden kumulative Häufigkeiten von kalibrierten Radiokarbon-Daten in solchen Summed Probability Distributions dargestellt. Obwohl die Häufigkeiten potenziell durch Forschungsgeschichte und Erhaltungsbedingungen beeinflusst werden, bilden sie nicht selten einen guten Anhaltspunkt für menschliche Aktivität. Aber vor allem für deren Fehlen. Datendücken können dann mit Klimaproxys abgeglichen werden. Ob eine Klimaveränderung allerdings die konkrete Ursache für einen Besiedlungsabbruch beispielsweise ist, lässt sich meist nicht mit Sicherheit sagen. Aus archäologischer Sicht ideal ist eine stratigraphische Sequenz. Hier lässt sich ohne die methodischen Unsicherheiten von absoluten Datierungen das Nacheinander von Prozessen dokumentieren. Ein Beispiel dafür ist die aluviale Archäologie. Fundstellen sind direkt in das Umweltarchiv eingebettet und Flutereignisse können direkt mit dem Siedlungsgeschehen in Verbindung gebracht werden. Allerdings lassen sich so nur Siedlungen in Flusstälern untersuchen. Ähnlich verhält es sich mit der Küstenarchäologie, wie hier im Fall der westanatolischen Küste. Auch hier bestehen klare strategische Bezüge, wenn beispielsweise neue Stadtviertel auf verlandeten früheren Hafenbecken nachgewiesen werden können. Eine weitere Möglichkeit, Klima- und Umweltdaten miteinander in Bezug zu setzen, ist die Analyse von Umweltproxys in archäologisch chronologisch definierten geschlossenen Inventaren. Innerhalb dieser Inventare, in der von einer prinzipiellen Gleichzeitigkeit ausgegangen werden kann, können die Umweltbedingungen im Umfeld der Fundstellen rekonstruiert werden. Da alle diese Verfahren Vor- und Nachteile haben, beziehungsweise aufgrund der Befundsituation oder mangelnden Erhaltungsbedingungen nicht angewandt werden können, erstellt man eine Synthese aus so vielen Parametern wie möglich. Als Beispiel sei hier die Besiegelungsgeschichte des östlichen Riff in Marokko gezeigt. Auf der linken Seite sieht man die Synthese aller Parameter wie globaler und regionaler Klima- und Umweltfaktoren, verbunden mit absoluten Datierungen archäologischer Fundstellen, unten rechts, sowie den archäologischen Einheiten, rechts oben. Im unteren Bereich sehen Sie globale und regionale Klima- und Umweltdaten, wie Sauerstoffisotopie oder Staubeinträge in Eisablagungen. Im oberen Bereich die bereits erwähnten Pollenanalysen mit Indizien für lokale Umweltveränderungen oder den Wechsel menschlicher Landnutzung. Zusammen lässt sich die menschliche Besiedlungsgeschichte der Region vom Spätpleis zu 10 ins mittlere Holozenen vor dem Hintergrund von Klima- und Umweltveränderungen betrachten. So sehen wir beispielsweise eine auf das Hinterland beschränkte Besiedlung im Spätpleis zu ziehen, gefolgt von einem Sprung an die Küste inklusive der Nutzung mariner Ressourcen zu Beginn des Holozenens. Hier bieten sich Umweltveränderungen als Auslöser an. Das erste Auftreten neolithischer Innovationen schadet jedoch nicht mit den Veränderungen des Lebensraums in Zusammenhang zu stehen. Dank der Unterstützung des Unterausschusses Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik konnte das DAI in diesem Jahr ein Programm entwickeln, das eben jenen Namen Groundcheck trägt. Das Programm besteht aus 19 Projekten, die auf vier Kontinenten angesiedelt sind und von denen ich nachfolgend einige exemplarisch vorstellen werde. Die Projekte arbeiten zum Thema Archäologie und Klimageschichte, also erforschen das Potenzial archäologischer Funde und Fundstellen bei der Rekonstruktion von Klima- und Umweltveränderungen. B. Wie wirken sich Klima- und Umweltveränderungen auf die menschliche Besiedlung im Kontaktraum Wasser-Land, also Küsten, Flüssen und Inseln aus? Und C. Wie wirkt sich Klima- und Umweltveränderungen auf menschliche Lebensweise in extremen Räumen aus? Themenblock A. Archäologie und Klimageschichte, also das Potenzial archäologischer Funde und Fundstellen bei der Rekonstruktion von Klima- und Umweltveränderungen. Die Spätantike oder Völkerwanderungszeit gilt als eine extrem dynamische Zeit. Im Mitteleuropa des vierten Jahrhunderts zerfällt das relativ stabile Verhältnis zwischen Römern und Germanen in der Germania Libra. Eines der zentralen und bekanntesten Ereignisse ist beispielsweise der Einfall der Hunden um 375, dargestellt in dieser dramatischen Rekonstruktion. Die Vorgänge korrelieren mit signifikanten Klima- und Umweltveränderungen, zum Beispiel dem Ende des Roman Climate Optimum am Ende des dritten Jahrhunderts. Unter Leitung von Karl-Uwe Häusner untersucht das Dendrolabor des DAI, inwieweit die Klima- und Umweltveränderungen Auswirkungen auf historische Abläufe gehabt haben könnten. Hierzu werden alle verfügbaren Dendrochronologischen Daten aufbereitet, untersucht und Proxireien mit hoher zeitlicher Auflösung erarbeitet. In Griechenland sind verschiedene Projekte zur Untersuchung des Paleoklimas geplant, die teils an frühere Untersuchungen anknüpfen. Sedimentuntersuchungen werden zum Beispiel am Kerameikos von Athen unternommen. Aus den schriftlichen Überlieferungen lassen sich für Athen unter anderem zwei lang anhaltende Dürreperioden während des späten 8. und 7. Jahrhunderts und im Verlauf des 4. Jahrhunderts vor unserer Zeit ableiten. Diese sind bisher nicht naturwissenschaftlich belegt. Ziel dieses Projektes ist es daher, vergangene Klima- und Umweltbedingungen im antiken Athen anhand verschiedener Sedimentarchive und unter Anwendung von unterschiedlichen sedimentologischen und geochemischen Methoden aus dem Grabungsareal des Karameikos zu rekonstruieren. Ein Projekt unter Leitung von Felix Pierson, das in der Westtürkei angesiedelt ist, hat sich zum Ziel gesetzt, unter Verwendung von Isotopenanalysen, archäologischer Holz- und Samenproben die Wasserverfügbarkeit in der Vergangenheit zu rekonstruieren und damit die klimatischen Rahmenbedingungen für landwirtschaftliche und pastorale Aktivitäten zu erforschen. Delta 13c-Isotopensignaturen gelten als direkte Proxys für vergangenes Klima und Feuchtigkeit und sind daher direkte Proxys für die Wasserverfügbarkeit von Pflanzen, ob klimatisch durch Regen oder anthropogen durch Bewässerung. Das Projekt wird Proben aus den hier gezeigten Fundstellen verwenden, die einen chronologischen Rahmen von 8500 Jahren umfassen. Das Projekt paleoökologische und archäologische Analysen zur Dynamik soziokultureller Strategien in Andenhochland untersucht den Einfluss von Klimaschwankungen auf die Entwicklung vorspanischer Kulturen im Süden Perus. Es baut auf den Forschungsergebnissen des Verbundprojektes Andentransact auf, welches seit 2008 mit peruanischen Kooperationspartnern durchgeführt wird. Insbesondere in den Flusstälern der Anden-Westabdachung zeigt sich eine deutliche Kopplung der Besiedlungsmuster und Landschaftsaktivitäten an Klimaveränderungen. Klimaveränderungen, vor allem Niederschlag, führen zu einer Wüstenrandverschiebung. Entsprechend verlagern sich die Besiedlungstempern in temporäre Gunsträume. Als wertvolles Klimaarchiv zur Dokumentation der Klimaschwankungen erwies sich das Cerro-Yamaco-Moor, das für die Anden typische Polstermoor auf 4200 Meter Höhe. Mittels geochemischer und paleoökologischer Analysen konnten im Torfsediment Klimaschwankungen nachgewiesen werden, die mit den Blüten- und Zerfallsphasen der Siedlungsentwicklung korrelieren. Dies führte insbesondere zu einem besseren Verständnis der berühmten Nazca-Kultur, die sich in den Flussoasen des Andenflusses entwickelte. Unser Projekt versucht zu erkunden, ob und wenn ja wann sich die nachgewiesenen Klimaschwankungen auch in den östlichen Andenregionen ausprägen. Wie sah es zum Zeitpunkt der Fundlehre bzw. Kulturblüte der Nazca-Region in den weiter östlich gelegenen Kulturzentren aus, wo die bedeutenden Kulturen wie die der Wari, der Tiwanaku und der Inka ihre Blüte und ihren Untergang erlebten? Themenblock C. Wie wirken sich Klima- und Umweltveränderungen auf die menschliche Besiedlung im Kontaktraum Wasser-Land, also Flüssen, Küsten und Inseln aus? Im Anschluss an das DFG-Projekt Wasser und Kult im Herarion von Samos, in dem es um eine Untersuchung der wasserbaulichen Installationen und die Wasserversorgung im Heiligtum ging, sollten nun Sedimentproben in einer nahegelegten Saltwasser-Lagune zur Untersuchung der Paläoklimatologie und Paläohydrologie beitragen, insbesondere um den Verlauf der Erneuerungsrate des Grundwassers im Untersuchungsgebiet zu untersuchen und zu rekonstruieren. Das von hohen Bergen umgebende Kefessos-Tal liegt in Phokis im Herzen Griechenlands und war in der Antike ein historisch wichtiges Durchzugsgebiet und Austragungsort zahlreicher Schlachten, etwa gegen die Perser, die Makedonen und die Römer. Die dort geplanten Sedimentuntersuchungen sollen klären, ob dort historisch und naturwissenschaftlich an anderen Stellen, ob die historisch und naturwissenschaftlich an anderen Stellen in Griechenland nachweisbaren Überflutungen dort ebenfalls nachzuweisen sind und welche Auswirkungen die Überflutungen bzw. auch Dürren auf den Verlauf des Flusstals lagen. Es wird zu überprüfen sein, inwieweit diese Ergebnisse auf die siedlungsräumlichen Untersuchungen im Tal Auswirkungen hatten, die in einem anderen DAI-Projekt untersucht werden. Katalonien, im Besonderen die Siedlung Ampurias, steht schon länger im Fokus der Abteilung Madrid. Im Rahmen des Ground-Track-Programms wird unter Leitung von Dirgeo Mazzoli dort eine retrospektive und prospektive Studie zu den Veränderungen des Meeresspiegels in der Region durchgeführt. Die prospektive Studie zu den Veränderungen des Meeresspiegels in der Region liefert wertvolle Informationen zur Stadtgeschichte, vor allem die Reaktion der Bewohner auf dramatische Umweltveränderungen und Umwelteinflüsse. Auf der Basis jener Entwicklung von dem Hintergrund des prognostizierten Meeresspiegelanstiegs und der Zunahme von Sturmfluten wird die Entwicklung bis 2100 modelliert werden. Diese Ergebnisse ermöglichen dann die Organisation rettender Maßnahmen zum Schutz dieser einmaligen Kulturgüter. Vor ähnlichen Herausforderungen stehen die Kolleginnen und Kollegen der RGK auf den Orkney-Inseln. Auch hier sind zahlreiche Monumente an der Küste, in diesem Fall Wikinger-Siedlungen, Gräberfelder sowie ein normanischer Gutshof mit dazugehöriger Kirche, die durch Küstenerösung stark gefährdet bzw. teilweise schon zerstört sind. Dazu befinden sich wahrscheinlich noch zahlreiche unbekannte Objekte im Boden. Ziel des Projekts unter Leitung von Esther Banfi ist die Dokumentation der betroffenen Regionen mit nichtinvasiven Methoden, also die Erforschung der historischen Siedlungslandschaft und dann die Erarbeitung eines Schutzkonzepts. Bei drei Projekten steht nicht die Forschung im Vordergrund, sondern Ausbildung, nachhaltige Sicherung von einmaligem Probenmaterial sowie Kommunikation. So wird unter Leitung von Benjamin Ducke die IT-Abteilung die afghanischen Behörden bei der Bewahrung ihres Rends einzigartigen Kulturgutes unterstützen, das durch klimabedingte Veränderungen wie Bodendegradation, interne Massendemigration und veränderte Landnutzung zusätzlich gefährdet ist. Dazu gehören unter anderem der Aufbau eines Grundbestandes von Fernerkundungsdaten für eine Testregion in Afghanistan sowie Schulungen der Projektpartner. Ein weiteres infrastrukturelles Projekt ist die Gründung des Helmut-Brückner-Archivs für mediterrane Geoarchäologie und Küstenforschung. In Kooperation mit dem DAI hat die Universität Köln unter Leitung von Professor Helmut Brückner gearchäologische Untersuchungen an mehreren antiken Häfen an der westanatolischen Küste vorgenommen. Viele dieser Untersuchungen haben zu bahnbrechenden neuen Erkenntnissen geführt und sind bereits veröffentlicht. Da sich Analysemethoden jedoch dynamisch entwickeln und auch aus archäologischer Perspektive immer neue Fragestellungen entstehen, ist es wichtig, das Probenmaterial auch für zukünftige Generationen zu sichern. Im Rahmen des Ground-Check-Programms organisiert das DAI daher eine nachhaltige Lagerung aller Kerne. Ebenfalls in diese Kategorie gehört die Initiative der Eurasienabteilung unter Federführung von Sven Tanz und Sabine Reinhold. Die Arktis ist global einerseits am stärksten vom steigenden Temperaturen betroffen, im Gegensatz dazu allerdings nahezu unerforscht. Durch das Abtauen des Permafrostbodens droht der Verlust von Fundstellen vor allem an den Küsten und damit auch der Verlust einmaliger organischer Artefakte, die sich bislang durch den Permafrostboden erhalten haben. Um das archäologische Erbe der Region ins Bewusstsein der internationalen Forschung zu rücken, organisiert die Eurasienabteilung im Rahmen des Ground-Check-Programms eine Konferenz, um damit den Austausch der Partner aus betroffenen Ländern wie Russland, Norwegen, Finnland, Grönland, Kanada und den USA zu forcieren. Themenblock C. Wie wirken sich Klima- und Umweltveränderungen auf die menschliche Lebensweise in extremen Räumen aus. Seit 1995 finden im Riffgebirge Nordostmarokkos archäologische Forschung des DAI statt. Besonderer Fokus ist auf der Archäologie des späten Pleistozehns, der Kultur des sogenannten Ibero-Maurosien, zwischen 25.000 und 11.500 Jahren vor heute. Gegen 16.500 vor heute, nach dem sogenannten Heinrich I. Event, kommt es zu einem radikalen Wandel in den Ablagerungen, vor allem sichtbar durch das massive Auftauchen von terrestrischen Schneckenschalen. Das Klima wird wärmer und feuchter. Das Ground-Check-Programm beschäftigt sich mit den Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Ernährung und deren Folgen. Forschungsobjekte sind tausende von botanischen Makro-Resten, die von Jacob Morales untersucht werden. Sie zeigen eine Landschaft, die nach dem Heinrich I. Event deutlich mehr und diversere Ressourcen zur Verfügung stellt. Insektenfraß deutet darauf hin, auf Lagerung und damit eine zunehmende Sesshaftigkeit der Bevölkerung. Fleischliche Nahrung aus der Jagd und dem Sammeln von Schnecken wird mit energiereicher pflanzlicher Nahrung ergänzt. Eicheln und Linsen liefern dabei Kohlenhydrate im Übermaß, sodass die Gebisse der Menschen Zahnschädigungen aufweisen, wie sie laut der Bearbeitung Lewis Humphreys eher für industrielle Gesellschaften angemessen sind. Ab 3500 vor unserer Zeit trocknet die Sahara weitgehend aus und erreicht ihr heutiges Erscheinungsbild. Zwischen 3300 und 2200 vor, also der Entstehung der pharaonischen Hochkultur und während des Alten Reichs, herrscht in Ägypten und im Nahen Osten Trockenheit. Den Höhepunkt erreicht dieser Prozess gegen 2200 mit dem sogenannten 4.2 KLBP Rapid Climate Change Event. Die Folge sind Ressourcenknappheit und dadurch klimabedingte Migrationsbewegungen, verstärkte Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Gruppen, aber auch innerhalb einer Gruppe. Dies führt zur Verstärkung sozialer Ungleichheit, Ausgrenzung von Minderheiten und Zersplitterung, was letztendlich in einem Anstieg von Gewalt resultiert. Art und Häufigkeit und Verteilung verschiedener Traumata ergeben Aufschluss über ihre Ursachen. Unfall oder interpersonelle Gewalt. Bestimmte Typen von Gewalt hinterlassen gut sichtbare Spuren am Skelett. Die hier gezeigte Schädelverletzung entstand durch eine rundliche ovale Waffe und wurde nur wenige Tage bis Wochen überlebt. Das Projekt plant eine großräumige Studie zu Klimaveränderungen und Gewaltanstieg in Ägypten und im Nahen Osten mit Untersuchung der Resilienz in Gesellschaften mit unterschiedlichen sozialen Strukturen. Das nächste Projekt mit Schwerpunkt auf anthropologische Untersuchungen führt uns in den Himalaya. Hier in Nepal fanden in den 1990er Jahren im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms Grabungen von Hans-Georg Hüttl im Zentrum mit dem Zielstadt, Siedlungsprozesse und Staatenbildung im tibetischen Himalaya zu erforschen. Aus der Siedlung Kinga liegen Bestattungen aus mehreren Phasen vor. Untersuchungen zur Intensität des Monsoons, der auch in dieser Region noch wirkt, zeigen, dass sich Niederschläge im Verlauf der letzten 2000 Jahre immer wieder verändert haben. Mit Hilfe von anthropologischen Untersuchungen, Isotopen und ADNA-Analysen gehen wir der Frage nach, wie sich Klima- und Umweltveränderungen in der extremen Umwelt des Hochgebirges auf Besiedlung und Ernährung des Menschen ausgewirkt haben. Ernährung steht ebenfalls im Zentrum des Projekts Ernährungskulturen in Nordostasien von Maike Wagner. Im ersten Jahrtausend vor unserer Zeit leidet Zentralen Ostasien unter einer Trockenperiode. Diese löst einen Übergang zu großflächiger Weidewirtschaft und höherer Mobilität auf dem Kontinent aus. In diesem Zusammenhang kommen Hirse und Reisbauern auf den japanischen Inseln an. Hirse entwickelt sich daraufhin zum wichtigsten Getreide Nordostasiens, auf das die ersten Staatswesen gründen. Die Studie zeigt jedoch auch, dass benachbarte Gesellschaften den Hirseanbau nicht unverzüglich, sondern erst nach 1000 Jahren und mehr Verzug aufnehmen. Plan B. Und dann kam die Corona-Epidemie. Da das Programm möglichst schnell Ergebnisse liefern sollte, waren viele der Projekte auf die Auswertung vorhandener Materialien oder die Verwendung computerbasierter Verfahren ausgerichtet. Einige Projekte sind jedoch auf die Gewinnung von Felddaten angewiesen. Diese Projekte standen jetzt natürlich vor der Herausforderung, ihr Forschungsdesign nachjustieren zu müssen. Exemplarisch soll hier gezeigt werden, wie unser Oasenprojekt mit dieser Situation umgegangen ist. Generell sind Oasen Grundstandorte, in denen sich über Jahrtausende hinweg komplexe Systeme entwickelt haben. Klima- und Umweltveränderungen lassen Oasen entstehen und vergehen. Sogenannte Oasen-Agrosysteme sind lokale bzw. regionale Antworten auf sich ändernde globale bis lokale Klima- und Umweltverhältnisse. So spielen zum Beispiel Obstbäume in der Oasenwirtschaft Arabiens und Nordafrikas eine zentrale Rolle, die jedoch bislang kaum erforscht ist. Ziel des Projektes war es daher einerseits, die fehlenden kontinuierlichen, hochauflösenden paleoökologischen Daten durch Sontagen in Asrak und der Ostbüste Jordaniens zu generieren und sie unter Verwendung von Open Access Datenbanken in einem regionalen Kontext zu stellen. Dieser Plan A ist aufgrund der Pandemie so zurzeit nicht umsetzbar. Also hat das Team einen Plan B entwickelt. Genau genommen zwei. Zum einen existieren bislang kaum Vegetationskarten für bestimmte Räume oder Zeitscheiben des Nahen Ostens. Diese werden jetzt für die Regionen Ost- und Südjordanien und Nord-Saudi-Arabien basierend auf eigenen und publizierten paleoökologischen Daten erstellt. Des Weiteren werden sogenannte Visualisierungen angefertigt, mit deren Hilfe vergangene Vegetation und Landschaft basierend auf paleoökologischen und archäologischen Daten wieder sichtbar gemacht werden können. So wie man sich hier links in die Perspektive eines Jägers des neuen Jahrtausends im mitteleuropäischen Wald begeben kann, wird man es dann mit Oasenlandschaften vor der Asiens tun können. Bleibt die letzte Frage. Was kann Archäologie für die Zukunft tun? Archäologie ist unstrittig ein Werkzeug zum Verständnis von Mensch-Umwelt-Beziehungen in der Vergangenheit und kann damit dazu beitragen, die aktuellen Zustände zu verstehen. Aber kann Archäologie auch in die Zukunft sehen? Kann sie ein Werkzeug zur Lösung der Probleme der Zukunft sein? Sicher nicht aller, aber vielleicht einiger. Die Coalition for Archaeological Synthesis beispielsweise versteht sich als eine Plattform, die archäologisches Wissen bündeln und für die Lösung zukünftiger Probleme zur Anwendung bringen will. Sie fördert beispielsweise Projekte wie People, Fire and Pines in the Border Lakes Region of North America. Archäologinnen und Archäologen arbeiten in Zusammenarbeit mit Biologen, Forstwirten und First Nation Vertretern Brandschutzkonzepte für Regionen aus, die in den letzten Jahren immer stärker von verheerenden Waldbränden betroffen waren. Dem Projekt liegt die Erkenntnis zugrunde, dass auch die Wälder Nordamerikas schon lange keine Wildnis mehr sind, sondern auch Ergebnis jahrtausende langer Nutzung, eine Kulturlandschaft. Ohne ein Systemverständnis inklusive ihrer Nutzungsgeschichte ist kein nachhaltiges Feuermanagement möglich. An dieser Stelle betreten wir Neuland. Kann die Archäologie Handlungsanweisungen für die Zukunft geben? Wir sollten darüber nachdenken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Erste Frage. Haben Sie, glaube ich, jetzt am Ende schon so ein bisschen angesprochen. Es geht darum, wie sinnvoll es eigentlich ist, dass sich Archäologen in eine heutige, in eine moderne Debatte einschalten, wenn wir doch eigentlich auf die Vergangenheit fokussiert sind. Aber gerade Ihr Beispiel mit der Brandbodung, mit dem Feuermanagement hat es ja ganz eindrücklich gezeigt. Inwiefern können denn heutige Debatten tatsächlich von unserem Blick in die Vergangenheit profitieren? Ja, also es ist eine spannende Frage und wahrscheinlich wird hier noch nicht jeder dieselbe Antwort geben. Also was für mich entscheidend ist, ist, dass wir ja als Archäologen uns immer eigentlich mit dem Verhältnis von Mensch-Umwelt in der Vergangenheit beschäftigen. Und wir tun das halt mit sehr großer Zeit tiefe. Das heißt, wir im Prinzip sehen, wie das Handeln, was es für Konsequenzen hatte. Also erstens, wie unser Handeln Konsequenzen hatte, aber auch wie eben Umweltveränderungen, Klimaumweltveränderungen sich ausgewirkt haben. Und das können wir in verschiedenen Zeiten sehen, in verschiedenen Räumen und auch vor allem, wie es auf verschiedene Gesellschaftssysteme gewirkt hat. Und ich denke schon, dass man aus diesem Fallbeispiel in der Vergangenheit halt Schlüsse ziehen kann, was menschliches Verhalten für Konsequenzen hat und eventuell, was man vielleicht nicht tun sollte. Ja, das denke ich schon, dass sowas in solche Diskussionen durchaus mit einfließen sollte. Ja, das ist ganz spannend, vor allen Dingen, weil es auch die Konsequenzen ansprechen. Denn das führt gewissermaßen schon zu einer weiteren Frage, die ja auch aufgetaucht ist, in der es ganz massiv auch um den Menschen als Verursacher geht. Der Zuschauer oder die Zuschauerin hat betont, dass ja Klimaforschung innerhalb der Archäologie zunächst vor allen Dingen auf die Reaktionen vergangener Kulturen auf Veränderungen ausgerichtet zu sein schien. Dass der Mensch ja aber auch aktiv als Verursacher für diese Veränderungen auftritt, wird offenbar jetzt, den Eindruck kann ich durchaus auch bestätigen, ja viel stärker diskutiert. Zum Beispiel, wenn wir an die Domestikation von Pflanzen und Tieren denken, die Einführung der nahrungsproduzierenden Lebensweise, eben die Brandröderung, die Sie auch angesprochen haben. Welche Hauptfragen werden Ihrer Meinung nach künftig Klima- und Umweltforschung innerhalb der archäologischen Fachdisziplinen denn bestimmen? Ja, also da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten. Also man muss sagen, natürlich, wir beschäftigen uns ja mit, sagen wir, mehreren Millionen Jahren und Menschheitsgeschichte und einen wirklichen Impact können wir natürlich erst in letzter Zeit wahrnehmen. Also sagen wir so, die ersten wirklich wichtigen oder nachhaltigen Veränderungen sind, wie Sie erwähnt haben, beginnen halt mit dem Übergang zur produzierenden Wirtschaftsweise, mit vermehrten Rodungen, demzufolge Bodenerosion und die Koluvien, die dabei entstehen, also die Ablagerungen, die können wir heute noch sehen. Das heißt, wir haben klare Hinweise darauf, dass wir also schon seit mindestens 7000 Jahren so in die Natur eingreifen, dass es, sagen wir mal, Konsequenzen hat, die wir heute noch sehen können, ja, die also unseren Lebensraum beeinflussen und prägen. Und insofern fokussieren wir uns natürlich auf den letzten Teil unserer Geschichte. Aber für Archäologen ist das quasi ein bisschen kürzer, 7000 Jahre für andere Disziplinen schon ein bisschen länger. Und ja, und ich denke, was für uns relevant ist, solche Themen wie Ernährungssicherheit, Klimaschutz sind die Themen, die uns heute bewegen. Und das sind Themen, zu denen können wir was sagen. Also Nahrungsproduktion ist, wie gesagt, was wir seit mehreren Jahrtausenden betreiben und welche Konsequenzen das auf die Umwelt hat und welche Konsequenzen eben auch Nahrungsmangel hat und wie man damit umgehen kann. Das können wir, glaube ich, in ganz vielen Fallbeispielen zeigen. Und nachhaltige Systeme sind ja das, was wir jetzt entwickeln müssen. Und ich denke, es gibt in der Vergangenheit sicherlich sehr phasenlanger Kontinuität in verschiedenen Gesellschaften, wo wir quasi vorgemacht bekommen, wie nachhaltige Naturnutzung oder Landschaftsnutzung, Ressourcennutzung funktioniert. Und da können wir uns, denke ich, was abgucken. Denn genau diese Nachhaltigkeit ist ja ein Problem, was wir heute haben, was in vielen Bereichen eben nicht existiert. Und ich denke, das ist so ein Thema nachhaltige Nahrungsproduktion und ja, möglichst wenig Eingriff in natürliches Umfeld. Das sind so Themen, die ich finde, sollten wir uns genauer angucken. Was auch ganz spannend ist und eigentlich auch gut die Brücke zur vorhergehenden Frage schlägt, welchen Impact eigentlich archäologische Forschung auch in heutige Diskussionen haben kann. Ganz spannend. Ich glaube, eine Frage schaffen wir tatsächlich noch vom Zeitprogramm, die ich persönlich auch ganz interessant finde. In der aktuellen Debatte wird Klimawandel ja meist als etwas Krisenhaftes, etwas Negatives dargestellt. Und die Zuschauerinnen oder der Zuschauer hier zielt jetzt darauf ab, ob es vielleicht auch Beispiele aus der Vergangenheit gibt, wo klimatischer Wandel, ich selbst habe im fruchtbaren Halbmond ausgegraben, nicht als Krise, sondern vielleicht auch als Chance begriffen worden ist. Also ein positiver Motor, ein positiver Antrieb für die Menschheitsentwicklung gewesen ist. Ja, natürlich. Man muss halt immer das Beste daraus machen, sagen wir so. Und insofern waren natürlich auch Katastrophen in der Vergangenheit häufig ein Motor, um halt quasi Lösungen zu entwickeln, um Probleme zu lösen. Also wenn wir halt sowas wie Dürren oder fehlende Niederschläge schaffen natürlich Krisen, schaffen Krisensituationen, aber die Menschen sind kreativ und fangen dann natürlich auch an, Lösungen zu suchen. Und was gerade Ernährungsproduktion betrifft, können wir ja weltweit sehen, wie sich zum Beispiel Kulturpflanzen ausgeweitet haben. Dass wir heute auf dem afrikanischen Kontinent zum Beispiel Kulturpflanzen aus Europa, Asien und Amerika haben, zeigt ja zum Beispiel, wie dynamisch das ganze Thema Nahrungsproduktion ist und wie halt das Einsetzen von Pflanzen, die nicht aus dem natürlichen Umfeld kommen, wo man wohnt, halt zur Ernährungssicherheit beitragen können. Und ja, das sind solche Themen, wo ich denke, wo Katastrophen eben auch eine Chance waren, neue Lösungswege zu finden. Ich bekomme gerade tatsächlich noch eine Frage, eine Zuschauerfrage reingereicht, die da lautet, helfen denn die vielen heutigen Projekte, ein so komplexes Thema vielleicht besser zu verstehen? Also können wir uns vielleicht in die Situation, in unsere eigene Situation viel besser hineinversetzen, wenn wir diese Langfristperspektive einnehmen? Und müsste man dann nicht viel mehr in dieser Hinsicht machen, viel mehr Forschung eigentlich betreiben, was das Klima und was Veränderungen in der Vergangenheit betrifft? Ja, da rennen Sie natürlich mit dem Archäologen offene Türen ein. Natürlich ja. Also wir gehen davon aus, dass wir, je mehr wir über die Vergangenheit wissen, dass wir eben die bestehenden Systeme, die bestehenden Naturräume, Kulturlandschaften besser verstehen können und auch, wie wir sie nutzen können. Also wo die Kapazitäten sind, diese Landschaften, und wie wir sie am besten nutzen können. Und ja, also was, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema ist bei der Frage der Ernährung, ist, dass wir heute darauf gucken sollten, was sind eigentlich die traditionellen Kulturpflanzen zum Beispiel, die in den verschiedenen Regionen der Welt benutzt werden, weil die ja auch angepasst sind an die entsprechenden Naturräume. Und dass heute natürlich häufig eben hochproduktive Pflanzenarten benutzt werden, die aber, sagen wir mal, nicht so gut geeignet sind, Klima- und Umweltveränderungen zu kompensieren. Und dass wir Wege finden sollten, wie wir diese Naturräume angepassten Pflanzenarten zum Beispiel in Zukunft weiter nutzen und wiederentwickeln und auch das Wissen, was bei den Landschaften jetzt angebaut haben und auch anbauen, wie wir das sozusagen auch schützen. Das ist sozusagen, insofern denke ich, ja, unbedingt. Also auch wieder das Stichwort Kreativität als so ein ganz wesentliches Schlagwort in diese Diskussion eingebracht. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Lindstädter, nicht nur für den Vortrag und den Einblick in das Groundcheck-Programm, sondern auch dafür, dass Sie sich jetzt hier heute Abend live Zeit für die Beantwortung der Zuschauerfragen genommen haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke Ihnen auch, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.